Wir haben die Ganze aufgemacht, das könnt ihr jetzt gleich mal sehen. Aber die Pipe, die du hinterher machst, oder? Das Wasser wird kommen. Ja, aber in der Mitte? Das Wasser? Das Wasser? Das Wasser? Ja. Wir müssen es sehen. Ja, entweder von hier, oder... Komm Boden? Komm hier? Ich weiß nicht. Oder wir können es von hier, vielleicht. Wir haben Wasser da oben. Nachdem wir... hin... Tau rei hin? Hin... 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 ... good, petrol? Anyway, wir müssen noch etwas kaufen, oder? Ja, etwas kaufen. Okay. Fliegende Obsthändler hat Mangkut gebracht, Mangkusti, die sind in der Saison jetzt, 2 Kilo 100 Baht, die werden dann irgendwann nochmal günstiger, manchmal gibt es 5 Kilo für 100 Baht, wenn sie in der Hochsaison ist, aber 2 Kilo 100 Baht ist schon sehr günstig und ist natürlich eine super, super Frucht. So, da hinten waren die Steine wieder hingemacht, dann schaut das schon alles ein bisschen ordentlicher aus hier. Cause the water here we put inside anyway for Connect. Aber sie wird auch nicht mehr so. Man kann nicht mehr so machen. Man kann nicht mehr so machen. Man kann nicht mehr so machen. Vielleicht wird es auch noch so machen. Und hier noch so machen. Wenn ich das nicht mehr so machen kann, dann wird es genauso. Aber es wird auch so machen. Outside. Für was? Für die Pipe. Weil, vielleicht später, wir werden von diesem Level nach hier kommen. Wie hoch ist es? Wenn wir die Pipe hoch sind, dann können wir die Pipe hoch sein. Die Zabon. Dann werden wir hier stehen. Wir können die Pipe hoch sein. Das ist clean water. Da ist die Aani also? Was ist das? Der kommt von dem dai? Das kommt? Nein, das ist für Aani. Nein, nein, ich weiß nicht. Aani ist Mami. Nein, das ist. Das ist für Aani Lange. Aber ich finde das Lange Lange. Ist das nicht Mami? Ich weiß nicht. Ja, hier handelt es sich fast wegen unserer ehemaligen Küche, vom jetzigen Coffeeshop und Deli. Ja, da stand ich gerade so an meiner Leitung. Toilette? Nein. Ist das nicht dieser? Von upstairs? Ja, hier ist ein Ding. Ja, von der Tür. Da. Aber hier ist nichts nichts. Was ist hier? Ja, aber das ist der dritte Geburt. Ich frage mich, wo ist es? Oh, wir müssen wieder verbinden? Oh, das ist der dritte Geburt. Oh, das ist der dritte Geburt. Wo ist die Frau? Oh, das ist der dritte Geburt. Du denkst sowieso du bist eine Katze. Du bist ja eh von lauter Katzen umtingen. Ja. Ja. Ich brauche mich, wenn ich meine Katze zieht. Aber das ist nur eine Katze. Oh, das ist eine Katze. Und das war auch so nicht der Injection again. Müssen wieder mal geimpft werden. Can you open the fan? It's so hot. Mangosteen in der Saison, eine der besten Früchte, die es gibt in Thailand. Also wenn ihr jetzt hier Urlaub macht, holt euch die. Die sind echt lecker, so werden sie aufgemacht. Das könnt ihr jetzt gleich mal sehen. Ich habe da zwar schon mal ein Video drüber gemacht und es ist lange her. Und viele kennen es ja noch gar nicht. Also Mangosteen, jetzt ist Ende Mai in der Saison. Zwei Kilo habe ich heute gekauft für 100 Baht. Wenn es in der Nebensaison ist, kostet das Kilo oft mal 400-500 Baht, wenn man sie überhaupt bekommt. Und jetzt sind sie richtig lecker und günstig. Manchmal kann man auch ein Schnäppchen machen. Fünf Kilo für 100 Baht, wenn es noch ein bisschen mehr in die Saison reingeht. Und es ist natürlich so, die kleinen mache ich persönlich lieber. Und da ist drin ein Kern, den kann man durchaus mitessen. So, ein schöner Nachmittagssnack hier. Grapefruit und Mangosteen. Beides sehr gesund. Und das will ich jetzt mal zumindest in der ganzen Saison durchziehen, solange es jetzt die Homellows gibt. Die Mangosteen und der Hund, der sorgt für Aufregung. Was ist passiert? Er schießt. Er schießt die Kilo. Weil sie weggeht. Wenn sie nicht weggeht, wird sie nicht schießt. So klar, die Katze rennt weg. Der Hund rennt hinterher. Materialtransport. Ich habe auch schon früher viel so transportiert auf dem Moped. Da, wenn es noch Bilder gibt, wie ich da manchmal rumgefahren bin vor 20, 15, 20 Jahren. Naja, schon eher 20 Jahre her. Aber war aber noch kein Verkehr. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bau ist fleißig am Arbeiten. Ja, wird schon langsam. Ich denke mal, morgen werden sie es so ziemlich zugepflastert haben. Also bis zum Freitag, denke ich mal. Ja, dann haben wir ja noch genug andere Sachen zu machen hier. Das mit dem Dach, das muss man sich auch nochmal überlegen da. Das war von Anfang an schon blöd, das mit Holz zu machen. Aber das wird ja wohl hoffentlich noch ein Jahr aushalten. Dann steht das nächstes Jahr auf dem Programm, dass man da auch was Neues macht. Aber er hat jetzt auch relativ lang halten. Vielleicht kann man das auch nochmal ausbessern da, den Holzding. Oben schaut es ja noch gut zu sein und streichen. Zwischendurch eine kleine Augenpackung zum Relaxen. War sehr angenehm. Gibt es in der Green Head Clinic bei uns im Haus. Also wir haben einen Doktor da, der Naturheilmedizin. Also wer Lust hat, kommt mal vorbei und probiert es aus. War verbunden mit Massage, war echt relaxed. Dann schauen wir mal, ich habe mich gerade massieren lassen. Gut für mein Knie, denke ich. Und für die Beschwerden, die man so hat. Und dann schauen wir mal, was hier passiert ist. Wenn ich jetzt an der Wand entlang riefe und dann da rüber, aber egal. Das ist ja auch ein bisschen geil. Wir wissen ja jetzt, was ich dann nochmal neu verlegt war. Wenn ich dran muss, dann kann man es ja auch. Oder wenn ich auf andere entlang riefe. Und die Augen hauen drin. Segenreiche, wenn ich beicis in der Wand einleggen sehe. Das ist ja, bei mir wenn ich bei mir heraus höre. Das ist ja auch ein bisschen davon. Ich bin so halt, wie ich digo, meine Frau. Aber ich bin so interessant. Und ich bin da, wo ich versucht, Das ist ja auch auch etwaig. Ich bin so einfach nur ein bisschen dran. Ich bin dann, wohertet ihr? Ich bin dann schon ein bisschen dran. Da bin so einfach nur ab. Ich bin so nicht einfach, ich bin so einfach als ich bereit. Und ich bin so bei mir dabei. Das bin so ein wenigstoss. Im Camp können Sie die Platten benutzen, wir wollen das alles so machen, dass man leichter herankommt mit Aluminium oder Eisen. Noch besser wäre es natürlich. Jetzt wollen Sie das natürlich da raus machen und rüber schmeißen. Ich habe lange nicht mehr gesehen, ich habe Sie da nicht mehr erkannt. Wenn es los ist, dann sollte man sich mal überlegen, was du machen willst. Das ist für was? Detox. Für den Detox. Ah, Packing für Detox. Sie macht jetzt gerade die Mischung für den Tee zum Detox. Das geht genau nach Gewicht. Das muss man dann kochen, die Beschreibung ist drauf. Das geht nicht. 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 Das geht nicht.